guten morgen freunde 6 uhr 8 uhr 9.01.2023 zappelfilip ist der erste kommt sogar schon offline offline kommt der zappelfilip schon in den stream guten morgen zappelfilip ja hallöchen freunde gleich geht's los und an die zuschauer von youtube wenn ihr live mit dabei sein wollt beim roadtrip unten in der video beschreibung ist der link zu meinem twitter account gleich starten wir gleich starten ja zappelfilip hast du das hingekriegt offline warst du da kirchensappt auch dir guten morgen i am sunny guten morgen gleich geht es los ihr seht es noch 20 sekunden mr trapez ist auch da und macht erstmal hier schön ein resub im fünften monat so da bin ich meine da bin ich ich stelle noch mal den vernünftigen modus her wer steckt da guten morgen herzlich willkommen da bin ich ja freunde wie geht es euch da draußen ich hoffe ihr habt ein schönes wochenende körper geht wunderbar ja freunde da oben da ihr seht es steht jetzt 0 km h steht da ja ich hab mal den anderen tacho der geht euch nicht der möchte nicht deswegen habe ich jetzt mal hier den digitalen tacho eingeblendet ja nicht dass euch wundert ja ben pablo ist auch da guten morgen ben pablo das ist der ben pablo gewesen selina ist auch da selina ist auch da selina hallöchen da ist selina doch die nachricht genommen bist du das hallo guten morgen und versteckt da macht erst mal ein resub im fünften monat dankeschön ihr werdet ihr verrückt der brave oder der brave der brave oder der brave ist auch da und durch den sachen erst mal pittis dankeschön gut für die bits so freunde pascon musikalisch ja soft and hard und gemischt da ist der link zur playlist packen wie heißt sie heute hallo ja es stimmt classified es stimmt so das ist eine sehr gute kompetenz die auf den afbildern es versucht das vor allem und das war es für mich dann ist es für mich oder morgen. Wer hat den Block? Halbdrehen, wer hat die Halbdrehen? Dippe Schmudi gitzelt den Halbdrehen raus. 100 Bits, dann bist du schön. Also die Naht im Block. Dann gesunde Neue, die Naht. Versteckter Lassing ist klar. Lars Knacken, in Weidmannsheil, mein Freund. Guten Morgen. Was macht ihr denn hier mit dem Halbdrehen? Vielleicht ja verrückt. Ey, das ist Montagmorgen. Ihr überfordert mich hier. Arie, Hallöchen. Arie muss los. Ja, guten Morgen und guten Start in die Woche, Arie. Ja, gezeigt ihr. So, Freunde, jetzt könnt ihr mal fahren mit dem Action hier. Wir wollen mal ganz entspannt losfahren, oder? Wie Spaß beim Löffnen haben. So, Kamera ein. Ach, geht's mal. So, ich bin bei Spielferde hier. So, jetzt gehen wir gleich auf unsere Nachtkamera. Roller in, meine Freunde. Seht man uns. So, Freunde, falls euch es aufgefallen sollen sollte. Ich war gestern Abend fleißig. Habt mal neue Emojis, wenn ich mal fahren. So, ich zeig's euch mal, ja. Also, das ist neu, das ist neu. Das ist neu und scheiße. Wieder raus. Das ist neu. Dann, wer ist versteckt aber? Was machst du denn für Selina mit Schenk-Abo? Dankeschön fürs Schenk-Abo. Dankeschön fürs Schenk-Abo. Dankeschön. So Freunde, kann ich jetzt entspannt losfahren? Verrückt. Und unseren Hypetrain Action hier? Dankeschön. Auf geht's. Genau, Carsten. Genau. Und Enrico. Guten Morgen. Lass nochmal los. Mariko Zappel. Zappel Philipp war schon im Offline-Modus drin gewesen. Berufe. W accomplished. 加est incompetent. Selina, alles klar, viel Spaß beim Start in den Tag. Versteckt daran, ein bisschen loben. Megiddo, mit Mong, Valusian, Megiddo. Was soll man? Should follow Barford. Klicka, klicka, follow Barford. We're still kids. Ja, gut gebüschte Kehl ist vor der Deck, dann ja. Und das noch mal so ein bisschen, jetzt soft und hard, da ist der Link. Ja, Freunde, ihr seht jetzt den Bishmudi VIP jetzt, ja, bei dem ich den VIP-Status gewollte. Hier Bishmudi, noch mal Gratulation. Und da geht es euch auch so, dass man keinen Lust hat, heute zur Arbeit zu fahren. I am Sunny schenkt mir Giro S1 ab. Dankeschön, das giftet Satani. Dankeschön. Das wird mir angezeigt. Meine Emojis. Das wird mir angezeigt. 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 Das ist mir angezeigt, aber das ist mir angezeigt. Warte, guten Tag! Volteria, guten Morgen! Herzlich Willkommen! Kaffee weiß ich nicht, ach nee, heiner. Ich muss jetzt mal ohne Kaffee gehen und jetzt eilig hier ist klar. Heute mit dem Regen läuft langsam, oder? Aber ehrlich, ey! Sven Furchart, guten Morgen! Hallöchen mein Freund, herzlich Willkommen! Ja, könnte langsam aufhören, Philipp, oder? Es könnte langsam aufhören. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. Ja, schön quatschen, wieder ohne Mikro. Dann wolltest du dir hinreden, was sie sehen, ja? Bester? Alles klagt durch den Saft, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass du hier warst. Versteckter, ja. Ich glaube, jeder will ein bisschen mit Emoji-Roulette spielen. Ja, Adam, wie lange hast du streamt? Das war doch wieder ein Monster-Stream. Du warst doch den ganzen Tag und den ganzen Nacht. Ja, Adam, wo hat Neuheit? Kann man da hinraden, Adam, wo du hin geradet hast? Geht gut. Gucken wir uns doch mal an. Was spielen die denn? Dann rad ich da vielleicht nachher unterhalten, wenn sie online sind. Das hat mir schon eingestellt. Ja, Adam. Da können wir hin. Na, dann lassen wir sie drinne. Als Raid Seal. 2 Euro Dieselpreis-Check, Freunde. Und gleich um die Ecke, na ja, dann drehen wir nachher zu deinem Nachbarn hin. Altbüscher für Verstecktag. Das Problem machen wir. Ja, es regnet ja nicht genug Versteckter. Da kann man ja noch ein bisschen mehr Wasser auf die Scherbe machen. Und Megiddo haut erstmal ein Geschenk-Abo für den RMS rein. Ja, Dankeschön, Megiddo. Und Internet-Schwächel, Freunde, aber es war klar. So, Freunde, da sind wir am Funklochwald. Da wurde es ein bisschen abenteuerlich mit dem Internet. Und da wird es ein bisschen abenteuerlich mit dem Internet. Und da sind wir am Funkloch répondre. Bis zum nächsten Mal. Nackt weg, ja. Ja, der Milano ist das Ziel, mein Freund. Ja, der Verrückte da unten, YouTube-Link, da würdet ihr mir echt helfen, wenn ihr da auch mal netterweise mich dort abonniert, was ja ne 10 Stunden ist, das mache ich ja dann. Ja, der Milano ist das Ziel, mein Freund. Ja, der Milano ist das Ziel, mein Freund. Ja, weil da investiere ich richtig viel Arbeit in YouTube, ist es natürlich verdammt schwer, da voranzukommen. Aber nirgends tue ich nachher noch Zeug, genau. Ja, der Milano ist das Ziel. 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 Da, der Milano ist das Ziel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, der Link müsste eigentlich gehen, kannst mal raufklicken, wo wir gerade sind. Sonny kommt nicht mehr aus Berlin, ist quasi meine Nachbarin. Wir sind gerade hier im Nord, gerade in Becpom, in Richtung Brandenburg, also Land Brandenburg und ich selber wohnen im Apel Land, Freunde. Versteckter und nebenkörner, ganz wichtig, nicht in können, neben können. Wir haben aus Argentinien, aus Brasilien, USA, überall vom Seher, wahren Sie mal. Aus Marokko, dann haben wir jemanden aus Ahlen, machen wir euch Ahlen zum Beispiel in den Borgmatten. Dippus Moriol Stadstall Stadstall Dankeschön, wenn du die Spotify hast, da könntest du den Link zu der Playlist schauen. Ich streame immer Freunde, allgemein auf euch, wie gesagt, morgens und abends. Ich wollte gar nicht erzählen, aber ich habe da jetzt hier die Werbung gemacht. Ja, und eigentlich so morgens hart, abends hart ist immer so meine Devise. Das ist mein Streamingplan, Freunde. Ja, Soundcloud findest du meine Listen auch und auf YouTube Marcel findest du meine Playlist auch. Ich bin ein bisschen Moly. Ich hatte immer beruflich viel zu tun. Aber Marcel, hier bei mir auf Twitch unter Infos findest du eigentlich alle Links zu meinen Social Media Plattformen, weißt du? Das ist eigentlich hier bei Twitch alles verlinkt. Und der nächste Verrückte, der Yoda. Guten Morgen, Yoda. Hallo. Oh, danke schön. Dann bist du einmal der guten Freundin. Danke für die Empfehlung. Ja, Marcel, das ist ja bei mir auf Twitch hier zum Beispiel, also bei mir im Kanal gibt es immer was Support für alle. Weißt du, wir sind so eine kleine Familie. Da muss man sich gegenseitig helfen. Ich kenne mich gut, schreib doch mal einen Namen. Wer war denn das? Das hat ein Dreckwetter auf einer. Entschuldigung den Ausdruck, aber ist so. Die Sabi. Ja, ganz klar. Cool. Ja, die Sabi meine Motche will. Meinst du Sven, die beste Community? Ja, da achten wir auf, dass hier alles vernünftig abgeht, Freunde. Na, da achten wir auf, dass hier alles vernünftig abgeht, Freunde. Das ist... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bewege mich zu wenig und sitze zu viel im Auto, eindeutig. Nee, müde nicht, aber sitzende Titel schmeckt. EFZ-Durchschlag-Regierung hier, Seven vs. Wild. Seven vs. Wild in Brandenburg. EFZ-Durchschlag-Regierung EFZ-Durchschlag-Regierung So, ob der da so ein großes Elende, wo der hin und her laden muss, Zappel-Philip oder warum? Ich meine... Da kannst du aber so einen E-Scooter aufnehmen, oder? Habt ihr denn so einen E-Scooter? Könnte man auch übergucken damit, oder? Darf man bestimmt nicht, wegen Arbeitsschutz und so. Oh, das ist ein Schnellläufer. Zappel-Philip. So, checken wir mal die andere Kamera. Mach mal Freunde, ob du krisselig bist. Ich seh das jetzt nicht. Ist die Rolle krisselig, oder geht nicht? Das stimmt, Sven. damit gesagt, dass du abermehrst undüsst. Asterix nach oben, den ich früher gerne gucke, heutzutage muss ich sagen, komme ich nicht mehr so richtig ran. Hallo mein Bester, alles klar, danke dass du hier warst und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, das ist besser. Es ist besser und besser. Immer wieder auf dem Bad Ring bleiben können. Aber hier können wir streben. Danke EVZ, dass du mich lobst wahrscheinlich, weil ich auch nicht starten kann. Sturm, okay. Mal check mal an, ich hab das ne ganz gute Wetter-App. Na ja, TVZ und deswegen muss ich aufstehen, wenn ich es so mit wollen. Also ich sag mal, 10, 11 Stunden schaffen sie, aber dann ist Schluss. Henderson Mühle, guten Morgen und herzlich willkommen. Wer kommst du denn her, aus welchem Teil der Welt? Da bin ich immer neugierig, da fahre ich immer. Nur feine Equipe drauf, er kommt wieder aus Süddeutschland. Irgendwo aus dem Süden, passt auf. Essen, okay. Appel Philipps sagt, der Himmessen kommt aus Essen. Das war Freunde, der Himmessen kommt, ist ja, ichё muss es etwas geschehen wie alles festechen. Und jetzt sind die Nachricht, die man als nächstes machen kann, muss ich sagen. Und dann kann ich, wie es so mit Wetterbief. Ich weiß nicht, wie ich ganz genau, wie gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich nicht? Ich weiß nicht, wie ich nicht, wie ich nicht. Und dann können wir wollen, was ich einfach. Schweren Sie haben, was ich nicht? Ge они wieder. Leute, die Leute sind hier. Die Leute sind hier, die Leute du und sie oder sie haben. Schau, Schweizerland, und dann, was Sani scheint da eine neue Information zu haben, Sani? Motorbike, guten Morgen, herzlich willkommen, Motorbike mein Freund. Motorbike, kommt der Spendie gezeigt. Ne, ist klar. Ja, ja, sorry. Danke für 100 Bits herrissen. Dankeschön. Danke für die Bits herrissen. Dankeschön. Ey, Mutterbike, pass mal auf. Ist ja Holländer. Freunde, Sani ist immer recht schnell dabei. Das ist neugierig. Und die EVZ haut natürlich erst auf. Endlich ohne Maro Rücken. Ja, Wahnsinn. Dankeschön, EVZ. Ganz schön. Ey, Mutterbike, pass mal auf. Ist ja Holländer. Ja, Freunde, hab ich fast vergessen. Motorbike gibt es in Berlin. Ist aber Holländer. Guck mal hier. Guck mal. Motorbike, guck mal. Witz schon, wo ich war. Guck mal, wo ich war. Guck mal, wo ich war. Guck mal, wo ich war. Ja, bin schön. Bei mir gibt es immer keine Lauf. Weil ich bin so kleine Streamer besser. Und ich denke immer, ähm, das war uns hier gegenseitig zu borden. Das wurde dann geil oder? Aber jetzt fangen wir an der Autobahn an. Aber es ist schon sieben Jahre her. Guck mal, ich habe gerade ja gute Fotos reinkommen. Das ist ja deswegen, da gibt es aber nicht mehr eine Augehange. und wir mal übersehen. Einmal sind dank des HALO! Danke schön. Willkommen als Haifa. Bis zum nächsten Mal. 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 Hier auch, oder? Was macht der hier? Alter Schwede, manche. War ein Auto. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das, was das sein? Was ist das, was das ist, ich bin eine Voraussenschläge. wir hatten auch wiederệnacten. Ich hab so voll getankt, war gestern Abend bei 1,76. Der Volvo zeigt immer noch an 1050 Kilometer. Mal schön langsam fahren. Jetzt haben wir vielleicht 900 Kilometer der Tankquillung. Aber Freunde, die 900 Kilometer sind spätestens am Mittwoch, wo sie spätestens wieder tanken. Wasserstoffbomber hier, Wahnsinn. Sehr schön, oder? Mit Regen, Wasser, Freunde. Holpertstraße, Freunde, Holpertstraße. Ja, Freunde, morf um sieben. Jetzt wieder los. Das ist der Wahnsinn. Ja, was das stimmt? Ja, ich muss es nicht einfach Loub. Ja, was hier in Deutschland? Ja, das ist die Flikstien. Ja, das ist die Flikstien. Ja, was hier? Ja, ich muss nur noch jetzt noch nicht wissen. Ja, das ist die Flikstien. Ja, ich mache jetzt wirklich eine Flikstien. Keinen gibt es da heute gesehen. Ja, das Thema Musik rum, da ist die Playliste. Da ist die Playliste und weil die Parkplatz-Situation immer beschissen ist, hier ist mein Parkplatz, das werden wir nutzen. Schön vom Landkreis, da arbeiten sie. Die feinen Beamtenräume, da arbeiten sie schön fleißig. Und da bin ich. Null Kammer. Das ist sogar funne. So, ihr Verrückten. Dankeschön, Frank. Kommt ihr einen stressfreien Tag. Jetzt gucken wir mal, ob ich über jemanden zum Reden finde. Muss man auch reinhauen, musikalisch, was da gespielt wird. Ich muss euch jetzt wieder hinschicken, wo das schön ist. Das ist musikalisch nicht so schön, aber ich habe vielleicht jemanden mit. Ich sehe kurz. Ich nehme dir eine Grappe. Und das ist die Beine. Das ist ein chipset. Das ist die Beine. Ich nehme nach. Ich nehme jetzt hin, wie ich jetzt mal erwarte. Ich nehme ein, wie ich will. Es geht nach. Ich nehme nach. Ich nehme auf. Wir haben ein bisschen Zeit, Freunde, alles gut, ist Montag. So, Freunde, wir raiden jetzt, ja? Und ihr wisst, wenn ihr mitkommt bei V-Ray und dort noch ein bisschen chattet, das ist für mich natürlich ein Megasupport. So, okay, DJ Paralegally Blonde. Freunde, hören wir schon mal. Hübsche Lady, hübsche Musikfreunde. Ich zeig's euch mal. Gucken, ob das auch klappt, wie ich mir das hier vorstelle. Ja, da ist sie. Kommt mal bitte mit zum Ray, Freunde. Und ich zieh euch mal rein dort. Und wir sehen uns morgen früh um sieben wieder, Freunde. Danke, dass ihr dabei wart. Jeder kriegt mir eine Dankesnacht, Freunde. Und bye-bye, ihr Freunde. Viel Spaß, Freunde. Ja, ihr kommt natürlich noch mit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.